Die Besetzer im Tunnel unter dem Braunkohledorf Lützerath bekommen prominente Unterstützung. Während die Polizei mit Spezialkräften und Samthandschuhen versucht, die beiden Klima-Extremisten aus den selbstgegrabenen Tunneln zu räumen, demonstriert die schwedische Klima-Ikone Greta Thunberg mit grünen Politikerin Luisa Neubauer und weiterer Unterstützung vor dem abgesperrten Dorf für den Erhalt der Siedlung. Lützi, bleibt! Lützi, bleibt! Lützi, 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 bleibt, bleibt, bleibt! Für diesen Auftritt ist die Schwedin schon früher zu dem Besetzerdorf gereist. Eigentlich hatte sie ihren Besuch erst für die Teilnahme an einer Großdemo an der Abbruchkante angekündigt. Auf Bildanfrage wollte sich die 20-Jährige nicht zu ihrem Auftritt äußern. Ihr Sprecher sagte den Reportern, heute geht es nur um Lützerath.